Hm. Also, Gott ist tot. Und das Problem ist, dass der Himmel leer ist. War ja Gott tot. Drum steht jetzt der Himmel so die ganze Zeit einfach leer da und das kann sich ja auch keiner so lange leisten, dass man den Himmel so ganz ungenützt leer stehen lässt. Und drum hat sich der Himmel gedacht, bevor ich jetzt so leer in der Gegend herum ... nee, nicht stehe, weil der Himmel steht ja nicht, also bevor ich da so leer und nutzlos in der Gegend herum irgendwasse, dann stelle ich mir doch lieber ein Möbelstück rein. Also, oder irgendwas, was ich reinstellen kann. Damit jetzt ja auch was ... ja, weil seit Gott tot ist, bin ich scheiß leer und das kann einen schon auch in eine komische Stimmung bringen, so leer herum bis in die Ewigkeit. Und drum hat sich dann was reingestellt. Und ein Möbelstück wär irgendwie eine blöde Idee gewesen, weil ... also seit Gott ja nicht da ist, gibt's ja auch niemanden, der da drauf sitzen kann. Und ... also ... dann hat er sich einfach eine Maschine reingestellt. Also, der der Himmel ... Der Himmel ...